Große Rakete, großer Lärm, große Schäden am Startpad. Der Starship-Start war auf vielen Ebenen etwas Besonderes. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an unabhängigen Bildern, Berichten und Einschätzungen zu dem Test und auch erste interessante Aussagen von SpaceX-Chef Elon Musk. Wir gehen hier heute den Start noch einmal im Schnelldurchgang durch, besprechen alle interessanten Beobachtungen des offiziellen SpaceX-Livestreams, aber auch die inoffiziellen Bilder und versuchen einzuordnen, was das alles für das weitere Starship-Programm bedeuten könnte. Herzlich willkommen zu Senkrecht-Start, dem größten Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wenn du noch nicht so hundertprozentig fit bist, was das Starship ist und wie es funktionieren soll, ich habe diese Woche noch mal eine knackige Zusammenfassung veröffentlicht, die das Starship erklärt. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Vorab vielleicht erstmal das offizielle SpaceX-Statement zu diesem Start. Um 8.33 Uhr CT, also das ist 15.33 Uhr unserer Zeit, hob Starship zum ersten Mal erfolgreich von der Orbital Startrampe ab. Das Fahrzeug verließ die Startrampe und den Strand. Starship stieg zu einem Apogeum von etwa 39 Kilometer über dem Golf von Mexiko auf, der höchste Aufstieg aller bisheriger Starship-Flüge. Während des Flugtests fielen mehrere Triebwerke aus. Das Fahrzeug verlor an Höhe und begann zu taumeln. Das Flugabbruchsystem wurde sowohl auf dem Booster als auch auf dem Chip aktiviert. Wie üblich hatte man die Rampe und die Umgebung vor dem Test geräumt und wir erwarten, dass die Straße und der Strand in der Nähe der Rampe bis morgen gesperrt bleiben. Das wurde gestern veröffentlicht. Bei einem Test wie diesem kommt der Erfolg von dem, was wir lernen. Und wir haben heute sehr viel über das Fahrzeug und die Bodensysteme gelernt, was uns helfen wird, zukünftig Flüge von Starship zu verbessern. Und dann wird man sich natürlich bei den Kunden und der Gemeinde und den Anwohnern bedankt. Ich gehe jetzt kurz den Flug durch. Danach kommt meine Analysen der Schäden, die wir bisher wissen, Besonderheiten und Implikationen und natürlich auch die Aussage von Elon Musk zum Flug. SpaceX begann am Donnerstag, den 20.04. kurz nach 14 Uhr MSZ mit den Betanken des Starship-Boosters. Ja, und nur wenig später zeigten sich durch die cryogenen Betriebsstoffe Eismarken auf der Edelstahlhülle des Boosters. Diese Eismarken geben gute Hinweise auf den Stand der Befüllung. Ja, und keine weiße Rakete, wie manch schlecht informierten Medien berichteten. Um 14.07 Uhr wurde über Twitter mitgeteilt, dass nun die Starship-Oberstufe betankt wird. Um 14.53 Uhr begann dann der offizielle Starship-Livestream von SpaceX, wieder hervorragend moderiert von Kate, Siva und John. Um 15.09 Uhr wurde mit der Kühlung der 33 Erststufen-Raptoren begonnen. Um 15.26 Uhr, nur wenige Minuten vor dem Start, kam die Durchsage, Betankung mit 4.600 Tonnen Treibstoff abgeschlossen. Da etwas mehr Zeit benötigt wurde, um unter anderem die Tanks der ersten Stufe auf Betriebsdruck zu bringen, wurde der Countdown dann kurz angehalten. Aber um 15.33 Uhr war es dann soweit, der Countdown wurde fortgesetzt. Bei T-6 Sekunden konnte man Gas unter dem Starttisch-Herausschießen sehen, bei T-2 Sekunden kam das Mission Control Command Ignition, also Zündung. Im eingeblendeten Countdown war es dann bei T-6 Sekunden soweit und die Rakete hob ab. Schon hier konnte man eine Menge an Objekten ausmachen, die offensichtlich unbeabsichtigt nach oben flogen. Dazu kommen wir aber gleich in der Analyse. Gerade von dem Moment des Lift-Offs, des Abhebens, hat Elon Musk nachträglich ein spektakuläres Video veröffentlicht, das die Kameraperspektive auf die Spitze des Starships zeigt. Ich bin mir fast sicher, dass dieses Video schon jetzt einen Platz in der Raumfahrtgeschichte hat und obwohl das Starship-Programm seinen Ursprung viel früher hatte, ja als der Startpunkt der Starship-Ära gelten könnte. Aber auch der weitere Flug war bereits im Livestream schon spektakulär anzuschauen. Auf Videos kann man Größen ja nicht immer ganz so gut abschätzen, selbst für diejenigen, die wissen, wie groß und schwer das alles ist. Das sind Dinge, die man vermutlich nur fassen kann, wenn man mal neben der Rakete selber stand. Eine Fotomontage von Paul zeigt einen A380, immerhin das größte Flugzeug, im Vergleich ja schon fast winzig. Mehr als acht Mal des maximalen Abfluggewichts eines A380 wog das Starship beim Start. Vielen Dank, Paul, dass ich das Bild hier zeigen darf. Weiter im Flug. T plus 14 Sekunden im Stream-Countdown wurde dann Telemetrie eingeblendet. Sie zeigte direkt drei ausgefallene Raptor-Triebwerke. Bei T plus 29 Sekunden kann man dann vermutlich ein Raptor-Triebwerk explodieren sehen. Bei T plus 41 Sekunden wird das auch angezeigt. Bei T plus 1 Minute und 4 Sekunden ist eine weitere Explosion zu sehen, worauf das Diagramm zeigt, ein weiteres Triebwerk fällt aus. Im Stream wurde bei T plus 1 Minute und 20 Sekunden Max-Q als Punkt der maximalen Belastung durchgesagt. Kommen wir gleich darauf, dass das nicht so ganz stimmen kann. Kurz darauf, bei etwa 100 Sekunden war die Rakete dann überschallschnell. Spätestens ab 2 Minuten und 30 Sekunden nach dem Start konnten wir beobachten, wie die Rakete sich drehte. Im Stream sagte Innsbrucker durch, dies sei das neuartige Manöver für die Stufentrennung. Kurz darauf korrigierte er jedoch mit den Worten, this does not seem to be a nominal situation. Zu deutsch, das scheint keine geplante Situation zu sein. Die Rakete vollführte jetzt noch mehrere Drehungen um alle Raumachsen und verlor bereits deutlich an Höhe. Die Stufentrennung fand nicht statt. Stattdessen konnten wir beobachten, wie die Rakete unkontrolliert trudelt und letztendlich auseinanderbricht und explodiert. Ja, mittlerweile gibt es ja eine Vielzahl an privaten Bildern von der Startinfrastruktur. Das hier ist kein Bild vom PET, das ist ein Bild vom Beringer Krater in Arizona. Ich wollte nur schauen, ob ihr noch da seid. Und das ist die gute Nachricht vorab. Zwar nicht so groß wie dieser Krater, aber wenn die Rakete vollgetankt auf dem Starttisch explodiert wäre, wäre da nichts mehr da. Tankfarm weg, Startturm und Starttisch weg und vermutlich viele Glasscheiben in sehr großem Umkreis kapott. Ein Szenario, das man bei SpaceX mit Sicherheit durchgespielt hatte und für das letztendlich Elon Musk die Verantwortung hätte übernehmen müssen. So ist es zum Glück nicht gekommen. Auf den Bildern, die den Starttisch zeigen, kann man aber trotzdem einen mehrere Meter tiefen Krater sehen. Auch das meterdicke Stahlbetonfundament wurde herausgeschleudert und nur noch die Stahlarmierung erinnert daran, dass hier überhaupt mal ein Fundament war. Das erklärt dann auch, was auf den Bildern des Starts in die Luft geschleudert wurde. Kubikmeter an Beton, Sand und Geröll wurden mit erheblicher Geschwindigkeit von dem Abgas der R-Stufen-Triebwerke herausgerissen und vom Startplatz weggeschleudert. Man kann auf anderen Kameraaufnahmen den Geröllregen im Meer einschlagen sehen, was ein Gefühl dafür gibt, mit welcher enormen Geschwindigkeit die Brocken wohl vom Pad weggeschleudert wurden. Ich empfehle auch die Aufnahmen von Le Padre, die zeigen, wie ein Auto von einem Stein durchschlagen wurde. Aufgeschleuderte Sand wurde durch den Wind bis in das fast 10 Kilometer entfernte Port Isabel und South Padre Island getragen. Natürlich hat dieser Geröllbeschuss neben dem Untergraben des Starttischs auch für Schäden an der Startinfrastruktur und der Tankfarm geführt. Mittlerweile gibt es Aufnahmen, die Lecks an den großen Sauerstoff- und Stickstofftanks zeigen. Auch im Starttisch selbst scheint es zu einer Explosion gekommen zu sein, denn Luken am Tisch und dem Quick-Disconnect-Häuschen wurden nach außen gedrückt. Vielleicht konnte sich aber auch das Abgas einen Weg in den Tisch suchen und das hat dann zu den ausgeschlagenen Luken geführt. Ich gehe schwer davon aus, dass der Ausfall einiger Raptoren unmittelbar dem Geröll geschuldet ist. Zwar sollte sich theoretisch nichts entgegen des Abgasstrahls bewegen können, aber da die Triebwerke nicht gleichzeitig zünden und auch etwas Zeit brauchen, bis sie auf Vollschub sind, halte ich es für möglich, dass Geröll für eine Beschädigung der Triebwerkssektion verantwortlich sein könnte. Beim nachträglich veröffentlichten Video des Starts wurde die Aufnahme beendet, bevor es eine Nahaufnahme der Triebwerkssektion gab. Auch ein Indiz, dass da vielleicht was nicht ganz stimmt. Ebenso denkbar, eines der Triebwerke hat früh versagt und seine Überbleibse sind mit Überschallgeschwindigkeit auf das Pad geknallt und haben dort dann für die erste Beschädigung gesorgt, durch die sich das Abgas dann durch die Betondecke fressen konnte. Wir erinnern uns, beim statischen Feuertest, bei dem immerhin 31 Triebwerke liefen, gab es kein größeres Schadensbild am Padboden. Wenn wir weiter im Flugverlauf gehen, fällt auf, dass direkt beim Start die Rakete recht schnell zur Seite gezogen ist. Ich habe auf Twitter mehrfach gelesen, dass das, wie bei der Rocket 3 von Astra, vom Ausfall der Triebwerke verursacht sein könnte. Das halte ich aber nicht für sehr plausibel. Der Starship Booster ist extrem overpowered. Von den Raptoren hat jedes 230 Tonnen Schub. Das heißt, selbst wenn da acht Triebwerke sofort ausgefallen wären, hätte die etwa 5000 Tonnen schwere Rakete immer noch das Pad verlassen können. Jetzt haben sich vermutlich die Raptoren für diese Tests nur im Teillastbereich laufen lassen und nicht alle haben Schubvektorsteuerung. Ja, und gerade dieser Nennlastbereich, der hat ja hohe Belastung an das Triebwerk. Aber dennoch war da definitiv genug Sicherheitsmarge für den Ausfall diverser Triebwerke. Und da weniger Triebwerke weniger verbrauchen, kann man durch längeres Brennen lassen für gewöhnlich trotzdem noch die geplante Flugbahn erreichen. Das Stichwort ist Engine-Out-Capacity. Auch der Ruf SpaceX müsse seine Triebwerke zuverlässiger machen. Ja, der scheint mir nicht ganz gerechtfertigt. SpaceX hat mehr Erfahrung als jede andere Firma der Welt mit Triebwerkstests. Sowohl mit Merlin als auch mit Raptor. Es gibt Tage, an denen SpaceX sieben Raptor-Tests durchführt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Raptoren unter kontrollierten Bedingungen extrem zuverlässig laufen. Jetzt stehen die da natürlich lange in der Nähe vom Strand, wurden oft getauscht und sind offensichtlich auch nicht die allerneuesten Triebwerke. Aber wie gesagt, ich denke, der Test hat keinesfalls gezeigt, dass die Triebwerke nicht zuverlässig laufen. Ich würde vermuten, sie waren eher ein Symptom dessen, dass frühzeitig eine Menge ungeplanter Dinge mit der Startinfrastruktur oder dem Booster passiert sind. Wie Scott Manley mal wieder hervorragend analysiert hat, waren zwei der frühzeitig ausgefallenen Raptoren direkt nebeneinander, was ein sehr starkes Indienst dafür ist, dass sie einen gleichen Ausfallgrund hatten. Während des Fluges sind dann weitere Triebwerke ausgefallen. Auf Standbildern, die die glühenden Brennkammern zeigen, kann man recht gut sehen, dass mindestens acht Triebwerke über den Flugverlauf ausgefallen sind. Einige dieser Ausfälle erfolgten zeitgleich mit Explosionen in der Triebwerkssektion. Eine dieser kleineren Explosionen scheint sich in einer Abdeckung für die Hydraulikaggregate abgespielt zu haben. Die bei diesem Test verwendeten Raptoren hatten ja noch die alte hydraulische Schubvektorsteuerung. Entgegen der Saturn 5 F1 Triebwerke und des SpaceX Merlin können die Raptoren nicht in der Treibstoffpumpe den Hydraulikdruck generieren. Das Raptor Update, was bereits an Booster 9 verbaut wurde und ja dann vielleicht als nächstes starten könnte, hat ja schon eine elektrische Schubvektorsteuerung. Ein eventueller Verlust des Hydrauliksystems, partiell oder komplett, könnte auch den Kontrollverlust erklären. Ich denke mittlerweile, das Drehen des Starships, was wir im Livestream gesehen haben, war nicht geplant. Hier war Innsbrucker vermutlich einfach noch an einem Skript für einen geplanten Flug. Das korrigierte er ja dann auch, dass die Kunstflugmanöver nicht planmäßig sein könnten. Auch für die durchgesagte Stufentrennung als nächstes war man noch nicht so weit. Dafür waren wir einfach nicht schnell genug und auch nicht hoch genug. Zum Vergleich, bei der Falcon 9 findet die Stufentrennung in etwa 65 Kilometern Höhe bei einer Geschwindigkeit von gut 6000 Kilometern pro Stunde statt. Dass es entgegen des Kommentars von John Innsbrucker keine gewollte Drehung war, können wir auch dem nachträglichen Statement entnehmen. Dort heißt es ja, die Rakete verlor an Höhe und begann zu taumeln, weswegen dann letztendlich das Flugabbruchsystem sowohl auf dem Booster als auch auf dem Chip aktiviert wurde. Es gibt auch geleakte Fotos, die zeigen, wie die Rakete dann vor der Sprengung bereits dabei war zu zerreißen. Die zeige ich hier nicht, da es keine offiziellen veröffentlichten Fotos sind. Scott Manley hat diese Bilder aber bei sich im Video. Großer Shoutout, Scots Startanalysen sind die mit Abstand besten auf YouTube. Die Berichterstattung im deutschen Sprachraum in den großen Medien war so lala. Ich denke, die meisten haben die gleiche Agenturmeldung benutzt und weil nicht vom Fach dann ein falsches Storytelling gewählt. Positiv zu erwähnen wäre die Deutsche Welle, die mit Jonathan McDowell einen hervorragenden Interviewpartner hatte und der eine sehr gute Einordnung lieferte. Bester Text unmittelbar nach dem Start kam meiner Meinung nach von Eric Berger, auch wenn ich seine Meinung zur Zuverlässigkeit der Raptoren, wie gesagt, nur vom Gesehenen nicht teilen würde. Festhalten muss man, dass Eric Berger aber hervorragende Quellen hat und vielleicht etwas mehr weiß, als er tatsächlich schreibt. Was findet denn ihr? Wer hat besonders gut oder besonders schlecht über den Start berichtet? Schreibt mir gerne in den Kommentaren. Ja und was sagt Elon Musk? Ja, relativ wenig. Nach dem Test sagte er auf Twitter, dass der nächste Test ein paar Monate auf sich warten lassen dürfte. Weiter er hoffe, der Starttisch sei wegen des abgerissenen Fundaments nicht Schrott. Auf einen Twitter-Beitrag von Eric Berger, der von einem wassergekühlten Flame-Diverter sprach, antwortete Elon Musk, Sie hätten vor ein paar Monaten bereits angefangen, an einer wassergekühlten Bodenplatte zu arbeiten und sie nach dem Booster Static Fire die falsche Annahme gehabt hätten, ein Start werde schon klappen. Es sähe so aus, dass sie in ein bis zwei Monaten aber wieder starten könnten. Das mit der wassergekühlten Bodenplatte hat mich enorm gefreut, denn in den Livestreams von Relativity Space war mir aufgefallen, dass die ihre Flame-Diverter mit Wasser kühlen. Ja und da ich wusste, dass Ohr Bauteile für eine riesige Wasserleitung mit vielen Abzweigungen gesehen hatte und nachmodelliert hat und deren Funktion entschlüsseln wollte, damit auf die richtigen Rieche gebracht habe. Bis zu dem Punkt dachten wir ja, dass die Leitung für ein großes Deluge-Wasserspringlersystem wären. Hier meine außenstehende Meinung zu dem Flug. Dieser Testflug lief natürlich nicht wie geplant, aber wir hatten keine große Explosion des Pads. Und auch mit dem Schaden am Starttisch, der Großteil der Anlagen steht ja offensichtlich noch und wird reparabel sein. Und auch das ist ja bemerkenswert, das B- und N-Tanken der Starship hat ja trotz der gewaltigen Menge an cryogenen Betriebsstoffen erstaunlich gut und vor allem schnell funktioniert. Und etwas noch einmal mit kleinen Verbesserungen zu bauen, ist um ein Vielfaches einfacher als ein System von Grund auf neu zu entwerfen und vor allem auch Hardware zu bauen. Elons ein bis zwei Monate würde ich jetzt mal in drei bis sechs Monate oder Ende des Jahres übersetzen. Ich denke also wirklich, die werden dieses Jahr noch einmal starten. Interessant hier vielleicht ein Zitat von NASA-Administrator Bill Nelson, dass SpaceX wahrscheinlich fünf Starts von Boca Chica aus durchführt, bevor es auf die neue Startrahmbe umsteigt, die aktuell am PET-Ferdinand-A im Kennedy Space Center gebaut wird. Denn das Starship-Programm soll ja zu einer Mondlandung im Artemis-Programm der NASA führen. Das war meine Starship-Analyse der ersten Bilder und Berichte des ersten vollintegrierten Starship-Starts. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Dann Like nicht vergessen. Und wenn du neu hier bist und weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, dann gern hier abonnieren. Neben den Senkrechtstarter-Raumfahrt-News am Sonntag gibt es hier immer mittwochs die Senkrechtstarter-Technik-Episoden. Dazu spannende Livestreams, Talks mit Wissenschaftlern und Ingenieuren und Fabrikbesuche. Hier findest du zum Beispiel ein Video, das dich interessieren könnte. Vielleicht nicht immer planmäßig, aber die Raumfahrt, die hat gerade richtig Dampf. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.